guten morgen und willkommen zu meinem neuen video hier auf unserem kanal gerade aus kopenhagen in dänemark ich bin ja jetzt auf dem weg nach schweden mit meiner familie mache dort zwei wochen urlaub so ein bisschen camping abenteuer urlaub sage ich mal mit angeln gehen und dem ganzen zeug das dazugehört und gerade befinde ich mich in kopenhagen wir sind hier für eine nacht weil sonst die fahrt einfach zu lange dauert und das ist sind die ganzen gebäude da hinten das ist so ein hotel komplex sage ich mal hier übernachten wir eine nacht und dann fahren wir morgen weiter nach schweden aber jetzt gucken wir uns erstmal kopenhagen und leute ich dachte mir ich zeige euch auch noch wo wir sind und welche strecke wir zurückgelegt haben für die es nicht wissen dänemark liegt hier oben im norden von deutschland und kopenhagen liegt wunderbar hier im osten von dänemark ganz an der grenze zu schweden und wie ihr seht sind wir nicht direkt in kopenhagen wir sind ein bisschen außerhalb weil in kopenhagen wäre ein hotel für eine nacht einfach zu teuer gewesen das muss ja nicht sein gleich wollen wir allerdings dann auch noch mal hier in die innenstadt fahren und kopenhagen genauer angucken aber das werdet ihr auch mitbekommen und dann geht es morgen hier über diese brücke weiter nach schweden und heute ging es natürlich los in gelsenkirchen was ihr hier schon seht im ruhrgebiet und dann von daraus ging es dann hoch in den norden von deutschland über bremen über hamburg über kiel nach dänemark rhein und dann in dänemark hier in richtung osten über diese brücke über diese brücke bis wir dann hier auf diese insel gekommen sind zieland keine ahnung wie das ausgesprochen wird und dort warten wir jetzt in kopenhagen der hauptstadt von dänemark um dann morgen weiterzufahren nach über malmö über göteborg bis hier oben zu diesem großen see das ist der feenernsee wo wir dann ungefähr hier unseren campingplatz haben und dann auch ein bisschen fischen gehen und so wir müssen never stop the way So Leute, wir sind jetzt gerade in Schweden angekommen und machen uns jetzt auf den Weg zum größten See Skandinaviens, zum Venernsee. Und davon werde ich euch einfach ein bisschen was zeigen, denn es sind noch ungefähr 5 Stunden Fahrt und am Venernsee ist absolute Natur und da fahren wir auf einen kleinen Campingplatz, der wirklich komplett naturnah ist und wo kaum Leute drauf sind. Und da es in Schweden ja dieses Jedermannsrecht gibt, darf man an dem See auch fischen, also angeln und du darfst Feuer machen überall, solange keine Brandgefahr besteht natürlich. Und das wird auf jeden Fall ein Abenteuerurlaub und da freue ich mich einfach nur mega drauf. Wir wissen dann zur Zeit nicht, ob wir vielleicht noch weiterfahren ein bisschen oder ob wir am Venernsee bleiben. Kommt drauf an, wie es uns da gefällt. Wir wissen dann, wie es uns da gefällt. Wir wissen dann, wie es uns da gefällt. Hey Leute und willkommen von dem kleineren See, von dem ich schon erzählt habe. Wir sind ja vom großen Venansee, vom größten See Skandinaviens weitergefahren, zu diesem kleinen See in der Nähe einer kleineren Stadt namens Haasford. Ich kann euch das mal auf einer Karte hier ein bisschen daneben einblenden und ihr seht schon, guckt euch mal diesen ruhigen See an und die Landschaft hier, das ist einfach atemberaubend und ich habe ja schon ein bisschen was gezeigt von dem See, aber ich werde noch mal ein paar Sachen mehr zeigen hier von der Landschaft und von der Natur hier und dann geht es heute für mich auch schon weiter nach Oslo, nach Norwegen in die Hauptstadt, die wir uns dann auch noch einen Tag lang angucken und dann geht es schon wieder zurück nach Deutschland. Wir sind ja immer wieder zurück, für die Menschen, für die Lande. Let's go back to when we were young, for the animals we stand. Let's go back to when trees were swung, kids across the land. Und abschließend kann man zu dem Urlaub dann sagen, dass es einer der coolsten Urlauber war, den ich je gemacht habe, weil einfach, das war einfach ein Abenteuer, alles das, was wir gemacht haben. Ich habe vieles davon noch nie gemacht und zum Beispiel auch schon einfach so ein Feuer in einem wilden Wald zu machen, was in Deutschland ja eigentlich auch verboten ist, war hier einfach erlaubt und hat mega viel Spaß gemacht und dann einfach da rumzusitzen und die Fische zu grillen, das war einfach cool. Dann konnten wir noch aus drei Ländern, die wir bereist haben, nämlich Dänemark, Schweden und Norwegen zwei Hauptstädte und zwar Oslo und Kopenhagen uns angucken, was auch cool war, wobei natürlich dieser abenteuerliche Teil dann in Schweden überwiegt und mit zwei Wochen, also mit anderthalb Wochen Abenteuer, die wir hier in Schweden hatten, das war einfach unglaublich, unbeschreiblich und im Vergleich zu einem anderen Urlaub auch relativ günstig. Deswegen würde ich jedem empfehlen, einfach mal nach Skandinavien zu fahren und so einen Urlaub zu machen, weil das einfach was komplett anderes ist und was abenteuerlich ist und was auf jeden Fall echt empfehlenswert ist.